hallo leute und herzlich willkommen zur folge von ein welp wird zum hund jeder ist mittlerweile sieben wochen alt und hat in der letzten woche das erste mal eine möhre gegessen natürlich hat sie noch viele andere schöne sachen erlebt die ihr natürlich auf keinen fall verpassen dürfen deshalb würde ich sagen viel spaß mit dem video so 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 so